Charlie. Charlie! Ihr Guthalte, Charlie! Charlie wie Tollo! Was sind das denn für Typen, die dich Charlie nennen? Ihr seid doch so Techno-Typen. Ihr steht da doch drauf, wenn sich alles wiederholt. Und du darfst überhaupt nichts mehr nehmen. Nur Kaffee und Zigaretten. Muss hart sein. Aber irgendwie auch geil. Was ist das für ein schrottiges Gedudel, Raimund? Das ist Rosas neuer Track, den spielst du mir grad vor. Das ist super. Und ob das super ist? Das sieht toll aus! Ich hab nie gedacht, dass das so'n großes Ding wird. Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn wir jetzt was miteinander anfangen. Ja, also nein. Jedenfalls nicht klug. Und ich bin im Augenblick mehr so auf klug gepolt. Ab jetzt ist Magical Mystery Time. Einglust! Diese Mucke hier! Ihr haltet die Astros aus! Ja! 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 Ja!